Hallo, ich bin der Aka Tahir und ich mache einen YouTube-Kanal, wie ihr wisst. Ich mache immer Comedy, Challenge, 10 Atemvideos und Wahrheit oder Pflicht mit meinen Freunden. Mit wem ich die Videos da mache, das ist Matti, ein Freund von mir, Jerome und Alexei und noch mehr. Und ich mache die Videos bei der Schulzeit so Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Mache ich immer neue Videos. Und ja, womit ich die Videos mache, mit meiner Kamera hier, wie man sieht. So, das ist die Canon 400A, also die Canon. Die kann bis zu 30, ne warte mal, bis zu 10 Metern ranzoom. Das ist HD, also richtig gut HD, wie man das in echt sieht. Und ja, mit denen mache ich die Videos. Ja, wie viel das kostet hat, äh, mein Gott. 250 Euro. Ja, dafür kriege ich jetzt kein Weihnachtsgeld mehr. Äh, das war ja auch Weihnachtsgeld sozusagen. Ja, also, ja. Ja, also, ja. Tschüss. Und ich mache Dienstag ein neues Video mit meinem Freund Alexei. Tschüss. Tschüss. Tschüss.